Jesus, ich danke dir, dass du nun in geistiger Weise zu mir kommst. Dass du einziehst und mich deinen Freund nennst. Und nicht nur so nennst, sondern dass ich wirklich als Freund dein Herzensanliegen bin. Dass du mich durch und durch kennst und liebst. Ich danke dir, dass diese Liebe mich trägt durch alle Wirrnisse dieser Zeit hindurch. Dass ich immer wieder zurückkommen kann und mich fest verankern in dieser Liebe. Weil diese immer schon da war und immer da sein wird. Gott, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Dass ich mich aufmache und reiche Frucht bringe. Hilf mir anzunehmen, wo ich noch loslassen muss. Lass mich erkennen, wo ich vielleicht etwas sterben muss. Dass, wie man oft sagt, einen kleinen Tod sterben muss im Alltag. Damit ich fruchtbar werden kann. Und ich danke dir, dass ich nicht wissen muss, wie die Frucht aussieht. Aber dass ich zu 100% wissen und darauf vertrauen darf. Dass jeder gestreute Same, den ich auch dir gebe, reiche Frucht bringt. Ich danke dir, dass du mich als Werkzeug nimmst, um deinen Frieden und deine Liebe in diese Welt zu tragen. Allein durch mein Sein, durch mein Denken, durch mein Reden und mein Tun. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020